Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 17 des CSQ Adventskalenders 2017 und wie immer gehen auch heute wieder drei Skins raus von euch und zwar die heutigen Skins werden zuerst beginnen wir mit einer Mac 10 Neon Rider, dann als nächstes gibt es eine Kalil Araiku und zu guter Letzt noch eine P90 Asimov. Die gewinnt sich ja wie immer unter den Kommentaren des Teilnehmervideos. Das Teilnehmervideo ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, also erster Link für diejenigen die noch mitmachen wollen bzw. für die anderen die schon dabei sind, aber noch ihre Gewinnchance erhöhen wollen, weil ja am 24 Dezember gibt es ja als Hauptpreis ein Gutknife Freehand in Factory New. Also falls sich das jemand gönnen will, dann ruhig zu. Die Gewinner von gestern setzen ja heute wieder aus und die von vorgestern sind ja heute wieder mit dabei und dann ja lasst uns gleich mal beginnen. Die Mac 10 Neon Rider war ja der erste Skin, der geht heute Julian Riddle. Du warst gestern nicht bei den Gewinnern dabei, somit Glückwunsch mal an dich. So zweiter Skin war die Galil Araiku, genau. Vergesst es immer wieder. Die Galil, die geht heute raus an Fabian Janssen. Du warst gestern ebenfalls nicht unter den Gewinnern dabei, somit auch Glückwunsch an dich. Gutes Video, bin hyped. Danke, danke. Und dann letzter Skin war die P90 Asimov. Die geht heute raus an den Pakachu. Das hört sich an, wie wenn jemand niesen würde oder so. Aber egal. Glückwunsch an dich. Mit 181 Kommentaren bist du da noch relativ wenig unterwegs. Also mit wenig Kommentaren im Vergleich zu manchen anderen. Und ab morgen starten wir dann auch schon die letzte Woche des CSGO Adventskalenders 2017. Also wir sind bald durch. Weihnachten rückt immer näher. Dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Hilft mir auch weiter. Und dann sage ich auch noch Tschau und bis morgen. Euer Alex. Oder euer Santa Elmo. Ich vergesse es damals.